Einer der ganz wenigen seltenen Angriffe Berg, Zegnini Und das ist er 6 zu 2 Zweiter Torschuss, zweiter Treffer Oliver Berg, der 21-Jährige Kann da später mal seinen Enkeln oder wem auch immer erzählen Ich hab getroffen Gegen den BVB, als die uns so nass gemacht haben Auch mit einer ganz einfachen Methode Und die Ernsthaftigkeit in dem Defensivverbund Die war da nicht vorhanden Und Hummels ist richtig sauer Er ärgert sich über diesen zusätzlichen Gegentreffer Der natürlich in der Gesamtschau überhaupt nichts ausmachen wird Aber dann kann man sehen, wie hoch die Ambitionen sind Nikitarian geht raus Und kriegt einen extra Klaps von seinem Trainer Sokrates geht auch, dafür Piszczek und auch die Gäste wechseln Dort kommt Erdian Gashi 呃 Vielen Dank.